Heute geht es zum Strand! So viele Flamingos! Oh mein Gott! Da sieht man die fast nicht! Yeah! Strand von Poeto! Nicht super Wetter, aber besser für diese Rebekah Weiss! Währenddessen sind André gemütlich am Liegensee an diesem wunderschönen Strand. Und ist er wieder am Bauern! Ah! Bauern! So, nachdem der Turm geführt auf all der Seite nochmals zusammen brachte, Hier ist der Herr Plugino langsam bald zufrieden, langsam, mässig zufrieden, shakey, shake. Nach stundenlangem Warten habe ich es endlich hergebracht. Nicht perfekt, wenn ich wählen kann, aber trotzdem stolz. Jetzt wieder zurück. Jetzt wieder zurück. So, jetzt. Warum Oliven? Du auch einen Olivos. Unos Olivos. Ähm, ja, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, ein bisschen zu... Sonnenklärm, nur am Rücken brauchte ich. Ja, jetzt haben wir gerade auch Sport gemacht. Voll verschwitzt. Gehen wir gleich duschen. So, und jetzt ein Film. Am Laptop. Mit Bierchen von Sardinien. So wie es aussieht. Ja. Und seid da wieder ein bisschen am Handy. Digi, digi, tag einmal. Was, digi, digi, tag? Hallo? Einmal, ein Tag. Bitzeli. Ja sicher weiss ich das noch auswendig. 1,9,7,8. Im Zimmer 47. Meine Leute, wir haben nie da mal reinkommen. Nein, jetzt werden wir natürlich weiterfahren. Nach der Schule am Morgen. Und ja, wahrscheinlich mit dem Zug. Oh ja, wir gehen da wirklich mit dem Zug. Kleine Eltern, aber sollte ich trotzdem gehen. Nein, Spasta, wahrscheinlich ein bisschen besseres. Oder so. Frecciarossa? Nein, auch nicht. Regional? Ja, wahrscheinlich. So, jetzt sind wir angekommen. Oristano. Noch der Bus. Und ja, aber zuerst musst du die Seite noch hohe sagen. Ja, dick. Ich bin schon am schlechten. Die Freude. Lassen wir in Ruhe. Weiter geht's. Bussituation? Grotteschlecht. Nicht. Einfach nichts. Kannst du sagen laufen, hast du angesagt? Ja, mal schauen, ob irgendetwas, ein Auto, oder so eine nette Seele, uns dann fahren kann morgen. Weil heute wird es, glaube ich, nichts mit Strand. Unmöglich. Der nette Herr, oh, wo ist er jetzt? Egal, jetzt kommt er wahrscheinlich. Wird uns dann fahren, ja. Besser als nichts. So, oh, und da ist ein Zimmer. Hm, 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 hm. Schmeckt's nach, irgendwie nach Socken? Hm, ah ja. Ja, hm, hm, hm. Schnell, ein Einkauf. Oh, Dixi, haha. Und jetzt Minibraps. Mit ein wenig anderes Zeugs. Ja, einmal spontan und dann ein wenig shoppen. Mal schauen. Ich glaube, da hat sich jemand verlaufen. Von der Schweiz bis hierher gewandert, wer weiss. Tante Zwiebogen ist aufgetragen und du hast etwas in den Zähnen. Sie freut sich mega auf Frisco. Hier in Italien haben sie schon noch viel Fantasie. Joe Burrito, spiel mit den Karten und wirf Burrito. Super! Spielzug für Gigi. Mal schauen, was man findet. Gigi Italiano! Ich bin wieder da! Amore! Und tschüss! Neue Hosen! Unser Sonnenuntergang ist leider nicht am Strand, sondern in der Pampa. Oh! Yeah! Mit Autos und Oles! Ich bin wieder in Italien! Wer ist da Italiener? Tu ihn da wieder, bitte! Ja, genau. Ja, kann es einfach nicht. Wie, 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 wie. Wie, wie, wie.